Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Dämmerung, aber wir gehen jetzt erstmal zu zweit in die 1320er Aktivität. Mal gucken, wie weit wir kommen, was wir erreichen und was nicht. Wir sind sehr mal gespannt, weil ich weiß nicht, ob wir 100k erreichen oder nicht. Aber wir trauen uns noch nicht auf 1350, sagen wir es mal so. Ja, hier ist folgendes aktiv. Hier ist einmal heißes Messer aktiv. Wir haben jetzt Solarschilde, das heißt Solar auf jeden Fall mitnehmen, Schirmensüberladung, Schirmensbarriere, dann einmal Ausrüstung gesperrt, dann einmal passgenau und zum Schluss hier einmal Seppigs Blick, erhöhte eingehende Akkus und Explosionsschaden. Ja, Timmy wird mich unterstützen. Wir sind wieder zu zweit und mal gucken, was wir hinkriegen, was nicht. Die Spaß wird zugucken. Hier hört Timmy übrigens nicht, hier hört nur mich. So, ich starte einfach mal, ne? Also, warte mal. Ne, ich glaube, Donnerkrach noch gar nicht drin. Warte mal. Das fehlt schlecht gewesen. Aber jetzt. Überladung und Barriere-Mod ist auch drin. Ja. Mal gucken. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Unter den Ruinen des Kosmodroms, im Schatten eines alten Kolonischiffs, liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören. Und ihre Seelen in die Hölle schicken. Da kennt's ja gar nichts, was... So, jetzt. Jo, jo. So, der ist mal alles mit dem, ne? Auch vorne schon. Oder zieht vorne schon? Ja, ne? Oh, komm, ja. Ich bin ja nicht. Oh, komm. Da sind die stärkeren Heineffekt schieben hier. Ja gut, nachher mit den Käpt'n zu wissen, mit dem Doofacher. Die auch Akkus haben wahrscheinlich. Mal gucken. Das ist ein Schritt. Die haben uns nun schon mal verpunktet. Wiederbeleben gegeben. Ich muss noch nicht meinen Warlock-Bial noch ändern. Ach, dann müssen wir schicken. Das waren alle? Ich glaub schon, ne? Boah, ist auch noch ein Käpt'n. 100 Kabel coming und so. Oh. Ja, danke. Kein... Gar nicht lange warten, kurzen Prozess, das wollt ich nicht sagen. Hm. Sollte es werden hier machen. 1 auf D. So war noch nicht ganz gestanden, dass es bringen soll. Ah, ne. Ah, ok. Sozusagen. Wie ich bezahlt habe. Naja. Sozusagen. Wie ist das? Erstmal. Nein, nein, nein. Da, Pirol. Ach, sehr klar. Du musst ihn leider hinten hinstellen, ne? In der Ecke wieder. Ich würde sagen. Ach, aktiviert. Aktiviert noch nicht, ne? Da hinten hinstellen. Erstmal durch. Ja, hier. Hm. 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 Ich muss ein bisschen einführen, ist echt das Beste, irgendwas hier Ich kann mich hier verziehen Mann, hab ich hier auch mit dem Marshall Oh. Sniper. Aus... ausgecaptet. Ich schieße jetzt mal alles an, was da ist. Nein, dieses Bobi ist halt einfach sehr unbeauft, wenn ich bochte. Hast du die Katte schon gekriegt eigentlich für Ärger-Septer, ja ne? Drei mal gelaufen und ich krieg die ganze Seite. Ja gut, kann man ja im Patch raus, weil geht das nicht schneller. Ah, scheiße, was? Oh, der ist ja. Oh, der ist ja. Oh, der ist nevartig. Und die Ovid von einem Bomben hat er. So, fertig. So. 69.000, das ist doch schon mal gut. Wird schon klappen, glaube ich, mit Monarchar. Oh. wir sind die phase ein bisschen länger dauert ja Das ist wie wir zusammenwappt in die Modeltür, das ist gar nicht Na, na Da Da Oh, oh Hey, okay Warte, steht immer noch? Ich bin wunderbar, wie geht der aus? Boah, was war das? Der hat ja gut getroffen, der scheiß Läufer. Ich habe mich schon mal links-rechts bewegt, ja, ich wünsche mich trotzdem. Achso, ich war gerade im Menü drin. Achso, ich war gerade im Menü. Achso. Achso, ich würde ein bisschen automatisch mal rumballern. Ja, und das weiß ich vielleicht noch. Ich schieße es mal alles an. Achso. Achso, ich würde es mir gerne abschießen. Achso, ich würde es mal rumballern. Achso, ich würde es dir gerne beschenken. Achso. Ah, der Tigus geht auch durch die Akkuschilder, das war eigentlich nicht gut. Oh, das ist nicht da. Oh, das ist nicht da. Nein, das ist nicht da. Oh, er schießt. Oh, das ist nicht da. 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 Was ist denn los? Na, was ich auch nicht. Bei 100k erreichen würde das ein bisschen lieber. So eine Tür ist extrem lange. Ja. Oh Nein, ist der raus wieder. Der Schiff hier nochmal. Ah ja. Die sind so doof in der Ecke. So, drei Schuss habe ich noch mit der Hegemonie, ist nicht ganz so viel. Ich überlege gerade, soll ich gleich direkt an das Video gleich am Anfang schon einen Donnerschlag probieren rein zu holen oder erst später? Gehen wir gleich links wieder hin, in den Raum. So kommt es. So. 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 Soll ich echt nicht mal eben kurz rein? Ah ne, das ist ein Ball. Oh, ich weiß nicht. Na gut, das dauert also ein bisschen länger. Jetzt mal rein, na 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 na, schwerer, bisschen schwerer als am Gegnerland. Oh, wir sind geboren. Ah, sick. Fuck. Okay. Okay, very fast. Okay. Okay. Ey, sehen wir mit der Gerenhautage? Okay, ich weiß, was sie nicht mehr, oder? Ich weiß, was sie nicht mehr, oder? Was sie? Oh, der ist für Elisa. So, was ich jetzt nicht mehr? Ah, ich meine Granate ist nicht ready, das ist cool. Ich gehe gleich mit ihm raus und schieße, ob ich die Rakete verbrauche, oder? Boah, ich schieße mich jetzt hin. Das ist wieder Akku. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Alter. Ah, fuck. Jetzt mal. Ja. Cool geschafft. Yay, yay, yay. Yay, platin. Das hab ich gut gekriegt. Ich weiß nicht, was ich gekriegt habe. Oh. 33er. S330er Waffe. Uiuiuiui. Sehr schön. Mal sperren die Waffe. Mh. Mh. Ich hab noch einen Primus und Gram auch noch gekriegt. Ja, läuft er. Läuft er, läuft er. Ja, so könnt ihr es auch machen. Ticosbogen und andere Sachen. Danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Und dann danke an Timmel. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und probiert euer Glück. Tschüss.